Ich erzähle euch heute, was CO2 überhaupt ist, was es bewirkt und wo es überall herkommt. Also erstmal, was ist CO2? CO2 ist ein Treibhausgas wie Methan und andere. Und jetzt kommen wir, was bewirkt es? CO2 blockiert dem Sonnenlicht den Ausweg in der Atmosphäre. Es ist ein Treibhausgas und erwärmt die Erde drastisch. Und jetzt erzähle ich euch noch, wo CO2 herkommt. Also die natürlichen Quellen sind Waldbrände, vermonterndes Holz oder Vulkane. Das kann die Natur aber noch so standhalten. Die menschlichen Quellen sind Flugzeuge, Autos, Fabriken und viele andere, die halt einfach CO2 rausstoßen. Und hiermit sage ich euch noch, passt also gut auf euren CO2 Ausstoß auf.